Musik Angriff ist die beste Verteidigung Geizt der Angriff Hauptsache von oben schießen sie nicht auf mich Ja, explodier in meiner Fresse am besten Wäre er jetzt die Crawler ja nicht, dann würde ich Wo ist der hin? Da ist er! Du hättest mir fernbleiben sollen So, sonst wer Ich tue mich ja auch Kann man ja mal machen Einfach reinwerfen In die Suppe Ich vermisse Scharfschützen Ah ja, ich weiß schon was kommt Ah, ich hab den Flammenden schon gesehen Da, Scattershot Penner Ah, verdammt Wollte jetzt die vierte Den vierten Schoß jetzt nicht an ihm verschwenden Also, ehrlich Irgendwo ist der auch mal Schluss Man muss auch mal Ein Schlussstrich ziehen Auf wie viel Schaden der auf der Entfernung noch macht Sackgesicht Danke, dass du mir Munition bringst Übrigens Bin ich dir sehr verbunden? Weil Ist mir nicht mehr ganz zu viel Hätte ich noch Auch auf die Nase hauen können Ach, hier gibt's ja eh Munition Luca Luca, äh, Brücke Nicht Luca auf Immer wenn ich einen Schalter drücke Dann irgendwie was mit Luca Glaubst du doch selber nicht Glaubst du doch selber nicht? Nein, 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 nein Das war mir ein bisschen zu knapp Ehrlich zu sein Um ehrlich zu sein Leck mich Mein Freund Leck mich Nur noch einer von euch Ist daneben Ihr habt fern und mir nahe versagt Oh, scheiße Das geht doch schon, Penner Ich muss den nicht nochmal zurückziehen Mit dem kann ich mich nicht in Nahkampf anlegen Der gewinnt er 100 pro Da ist er, der Scattershot Spacken Ne, na, na Ist kein Scattershot, Penner Doch, der eine schon, aber der andere nicht Wo krieg ich eine Feuerblume her Wo ist er, wo ist er Wo ist er, wo ist er Ah, das war aber jetzt Spannend Wir pochen meine Ohren Und mein Herz Ey, das hat Muss ich erstmal sagen Auf diesem Schwierigkeitsgrad Gerade durch mehrere Feinde heizen Mit Mit einer Schrotflinze Sowas macht Spaß Das ist geil Und wenn man es auch noch hinkriegt Dann hast du richtig Glücksgefühle Uns doch Verschaffst du Cortana Sie ist noch nicht tot Sie ist immer noch in den Systemen des Schiffs Wir kriegen dich Wir haben noch nicht verloren Nur Wo muss ich hin Um zu ihm zu kommen Ach da Die letzten deiner Begleiter Kriegen wir auch alleine Was nun verdammt schwer ist Muss man echt sagen Immer noch Signale von Cortana Sie ist nicht tot Jetzt holen wir dich Sie ist nicht tot Selbst nach deiner Niederlage Bleibst du beharrlich So sei es Krieger Stell dich deinem Schicksal So fehlgeleitet So fehlgeleitet Die Ankerkerung der Menschheit Die Ankerkerung der Menschheit Ist ein Gefallen Ich hole das nicht für die Menschheit Ich hole das nicht für die Menschheit Hoch mit dir Das ist nicht unser letzter Akt Das ist nicht unser letzter Akt Komm schon Und tschüss Für die Menschheit Kurtana Kurtana Kurtana, hörst du mich? Kurtana, bitte komm Kurtana, bitte komm Aber wenn wir hier sind Aber wenn wir hier sind Es hat geklappt Sie haben es geschafft Wie jedes Mal Wie kommen wir jetzt hier raus Dieses Mal komme ich nicht mit Was? Der Großteil von mir ist da unten Der letzte Rest wird sie vom Schiff geleiten Nein So wird Wir gehen zusammen Es ist zu spät Ich lasse dich hier nicht zurück John Darauf habe ich so lang gewartet Mein Job war es, dich zu schützen Wir sollten aufeinander aufpassen Und das haben wir Kurtana, bitte Warte Willkommen daheim, John Willkommen daheim, John Vielen Dank. Vielen Dank. Pelican 9-6, wir haben ihn gefahren. Kann ich... Natürlich, Sir. Rührend, Chief. Fühlt sich komisch an, wenn Sie mich Sir nennen. Ist sie nicht schön? Ich kriege sie viel zu selten zu sehen. Ich bin auf New Harmony aufgewachsen, war auf der Corbulo Militärakademie und habe die Erde nie leibhaftig gesehen, bevor ich erwachsen war. Aber ich sehe sie als meine Heimat an. Sie reden nicht gern, oder? Chief, ich gebe nicht vor zu wissen, was Sie fühlen. Auch ich habe geliebte Menschen verloren, aber nie etwas Vergleichbares wie Sie erlebt. Unsere Aufgabe als Soldaten ist der Schutz der Menschheit. Um jeden Preis. Sie sagen das, als wären Soldaten und die Menschheit zwei verschiedene Dinge. Soldaten sind keine Maschinen. Wir sind auch nur Menschen. Ich lasse Sie da mal rein. Das Gleiche hat sie mir auch mal gesagt. Das mit den Maschinen. Jede große Reise beginnt mit einem einzelnen Schritt. Dies hier ist für uns erst der Anfang. Vielen Dank, dass ihr uns dieses von euch geliebte Universum anvertraut und dass ihr mit uns dieses epische Abenteuer erleben wollt. 343 Industries Das war Halo 4 Das vorerst letzte Abenteuer des Master Chiefs Und der Abschied von Cortana Sie ist weg Viele vermuten zwar, dass sie irgendwie zurückkommen wird Also wenn sie zurückkommt, wird sie nicht dieselbe sein Cortana ist ja ein Abbild von Dr. Heusigs Verstand Sie ist ja eine Kopie von ihr Und es gibt noch Kopien von Cortana Aber das sind halt Frühformen von ihr Sind halt Backups des frühsten Stadiums Noch ohne Erfahrungen Ohne alles Was, äh Was macht eine Person aus? Die Erfahrungen, die eine Person gemacht hat Und die sind jetzt alle weg, diese Erfahrungen Sind gelöscht Vielleicht würden noch irgendwo in irgendwelchen Blutsväter-System Ein paar Daten von ihr rum Aber ich glaube nicht mehr Ich glaube nicht, dass die reichen würden Um sie wieder herzustellen So wie sie war Außer natürlich, die Bibliothekarin hat irgendwie noch ihre Finger ins Spiel Das wäre die einzigste Möglichkeit Für mich, äh, dass Cortana zurückkommt Ansonsten Ist jetzt die Frage Was wird John machen? Wird John jetzt, äh Dr. Horsey aufsuchen Um sie zu bitten Eine neue Cortana zu erstellen Mit dem Wissen, dass es nicht die gleiche ist Weil halt Die neue Cortana Hat nicht die Erfahrung mit John gemacht Die halt die alte gemacht hat Jo Das war halt mit Cortana Seit wann kennt Cortana sie? Seit sieben Jahren? Ne, seit fünf Seit Reach kennt John sie Oder sechs Jahren Also, äh, von 25-52 War ja Der Krieg auf Reach Und jetzt Halo 4 war 25-57 Und sie haben Zusammen Mehrmals die Welt gerettet Denn Der Der Master Chief Der schafft es immer Und ich hab Dreieinhalb Spiele mit ihr verbracht Bei Ist das laut? Bei 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 Halo 3 war sie nur Zum Schluss eigentlich da Ansonsten hat man Die Nabe da bei sich Die wird man ja dann wahrscheinlich In Halo 5 wiedersehen Jetzt ist nur die Frage Ob man die Master Chief Äh Die Master Schneef Die Master Chief Äh spielt Oder Agent Loke Diesen neuen Von ONI Jetzt die Frage Ist der von Kilo 5 Diesen komischen ONI Team Wo auch Saren Osmond Mit Teil von Team ist Die ehemalige Spartan Und Naomi 010 Die immer noch Spartan ist Saren Osmond warnt Nie wirklich In Spartan Weil sie die Operation nicht Überstanden hat Und die hat Einen Hass auf Dr. Aber da mehr Dazu denn In Halo Spartan Ops Weil da geht es ja Denn um Das Teilweise Klar Ich erzähle Einen Scheiß Mal wieder Gott wird Der wievielte Endscreen Beziehungsweise Die wievielten Credits Sind das jetzt hier Halo Credits Wir haben Halo 1 2 3 ODST Reach Halo 4 Sechster Die sechsten Credits Die ich sehe Und die ich hier Belabern muss Super Finde ich gut Das Wort Ob es wird keine Credits Haben Yippie Dafür werden es Viele Missionen sein Die sich wiederholen Und lange sind Und sich wiederholen Und lange sind Und sich wiederholen So wie ich gerade Ich würde jetzt Gern sagen Lasst uns die Musik Im Hintergrund genießen Ich kann sie nicht genießen Weil sie mir Wieder Stress bereiten wird Die Musik Geh mal Bist ihr Bescheid Tonspur Und so verändern Kacke So schöne Musik Obwohl ist halt Leider nicht die Original Halo Sache Die alte Ist ja ein anderer Komponist Ney Davids Ähm Ja und der ist irgendwie Der hat nur welche Verträge mit Sony Oder so Deswegen Sind auch die Verlagsrechte Des Soundtracks Bei Sony Heißt Sony Verdient mit An ein Microsoft Spiel Doof Egal Sei es drum Da Ne Davids Hoffentlich sprechen Richtig aus Steht alles Bla 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 Äh Was wollte ich noch Ich wollte noch irgendwas Was hätten wir noch zu spielen Sparten Ähm Assault Würste ich mir noch mal für den Rechner kaufen Auf Steam Habe ich zwar schon auf der Xbox Aber ich würde es eigentlich eher auf dem Rechner Gern haben Oh wir 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 nähern uns dem Ende Der Credits So langsam Ähm Für alle Die jetzt schon weggeschaltet haben Ja Pech Weil es kommt jetzt gleich noch die letzte Filmsequenz Mit dem legendären Ende Und Wenn man das zum ersten Mal sieht Dann kriegt man schon Gänsehaut Also war Hab's ja jetzt zum zweiten Mal durchgespielt Und ich krieg immer noch Gänsehaut Aber ich weiß jetzt was kommt Etwas womit man niemals gerechnet hätte Na Ja ich verabschiede mich dann halt Jetzt schon mal Sind wir jetzt hier bei einem Ende Granny 3D Ne noch nicht Gleich kommen noch die Specialist Thanks Und so Bla 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 Ich muss nur noch die Credits hier voll kriegen Ansonsten sag ich eigentlich schon mal Danke fürs dabei gewesen sein Und So Und ich bin immer noch der Heid Werd auch immer der Heid bleiben Und sage Glück auf Viel Spaß mit der letzten Filmsequenz Heroes never die In memory of Spartans Tschüss Diese Stunde des Sieges trägt den bitteren Geschmack der Niederlage Warum Wir sind Blutfeder Behüter von allem was existiert Die Wurzeln der Galaxie sind nur durch unsere behutsame Pflege so tief geschossen Wo es Leben gibt Wo es Leben gibt hat unser zahllose Generationen umfassendes Wissen dem Boden genährt Unsere Macht ist eine breitende Sonne die alle Intelligenz aufblühen lässt Und der undurchlässige Schutz unter welchem sie gedeiht Hier stehe ich nun Wir haben uns mit dem Boden genannt Er sind angeklagt Den Aufstieg der Blutsväter zu festen Zu versuchen uns vor diesem Schicksal des erzwungenen Verblassens Zu schützen Die Menschheit stellt die größte Bedrohung für die Galaxie dar Ihre Auslöschung abzulehnen ist ein herrischer Schatz Wir vergolden die Hungen in der Dunkelheit Während sie unsere Erfolge beanspruchen Die verantwortungsvolle Aufgabe über alle Dinge Gehört den Blutsvätern allein Denkt über meine Taten was immer ihr wollt Aber verleugnet nicht die Realität Die Rückgewinnung hat bereits begonnen Und wir können nichts dagegen tun